Die Wetter Show. Aber aufgrund der dichten Wolken leider noch ein bisschen kühler als zum Beispiel hier in Hinterstoder. Da starten wir sogar jetzt schon mit 8 Grad in den Tag und 20 werden hier zum Beispiel erreicht. Also das sind wirklich Temperaturen, da könnte man sich schon richtig anfreunden. Ich habe aber leider schlechte Neuigkeiten, denn die Woche, die geht sehr, sehr unbeständig weiter, beziehungsweise die Temperaturen, die werden noch ein bisschen anders werden. In Wien haben wir Wolken, wir haben aber auch die Sonne heute vertreten. Der Start hier, auch sehr angenehm, mit 9,3 Grad. Zum Schluss haben wir noch den Blick nach Bad Gastein für Sie. Hier haben wir Wolken und die Sonne, die wechseln sich heute auch immer wieder ab. Und die Temperaturen sind hier 2 Grad zum Aufstehen, 15 Grad heute die Tageshöchstwerte. Jetzt haben wir für Sie noch Europa im Vergleich. Da haben wir bei der Iberischen Halbinsel ein Tiefdruckgebiet. Das zieht sich dann auch weiter hier nach Frankreich herauf. London in dem Fall auch hier ein Tiefdruckgebiet mit 13 Grad und Regen. Anders sieht es hier in der Mitte aus. Berlin schon ein bisschen wärmer wie gestern, 14 Grad. Wien heute 18 Grad. Aber Sie sehen auch wieder, die Wolken sind ein Thema. Jetzt aber der genaue Blick nach Österreich. Und hier haben wir wirklich sehr feine Temperaturen. Blicken wir einmal mehr in den Westen. Der ist wirklich von der Sonne geküsst. 22 Grad heute in Tirol, 19 Grad in Vorarlberg. Sogar auch hier Linz, Zwettl und Salzburg haben jetzt wirklich aufgeholt von den Temperaturen. 18 Grad einzig und allein der Süden. Der ist in dieser Woche leider ein bisschen von den Temperaturen hinten. Jetzt noch einmal der Westen. 22 Grad und Bilderbuchwetter an diesem heutigen Mittwoch. Der Osten, der ist ebenso sehr, sehr fein. Denn 19 Grad, aber es können da und dort immer wieder Wolken durchziehen. Ja, wie geht es nun weiter in den kommenden Tagen? Wir haben für Sie die Antwort. Morgen, ich habe schon gesagt, wird es unbeständiger. Da kommt der Regen dazu. 14 Grad am Freitag und am Samstag. Aus heutiger Sicht wird es zwar wärmer, aber es können auch da und dort wieder die Regenschauer ein Thema werden. Der Osten präsentiert sich sehr, sehr fein. 19 Grad morgen, 18 Grad mit mehr Wolken dann am Freitag und aus heutiger Sicht 22 Grad am Samstag. Also das sind wirklich grandiose Aussichten, wenn wir auf das Wochenende schon blicken. Aber jetzt an dieser Stelle gibt es einmal eine kurze Werbepause und danach blicken wir noch einmal mit Ihnen auf die tagesaktuellen Themen aus Österreich.